Was denn? Alter, dieses Leggen Ich hab keine Ahnung, wo du bist Ja, teleporte dich! Hi! Ohne Spaß Es sind so schön viele Festungen Teleporte ich mich doch nicht Alter, diese Goblins hier! Was wollt ihr denn, ihr Goblins? Ich bin grad auf nem Leuchtturm Halt erst mal auf den Boden wieder und plopp 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 Vor allem, wenn ich sterbe, bin ich wieder in dieser einen Festung Was will ich denn da? Oh, da oben ist ein Dorf Sehr gut, da kann ich Essen finden Könnt mal ein Leuchtturm anschmeißen, wenn du willst Bringt bestimmt viel Leuchtturm angeschmissen So, vorne hier oben hab ich nen guten Überblick Oh, ich hab Bruchschock Treffen Goblins ein, wenn man da oben drauf steht? Komm Komm, ich bau mich da mal hin So, ich verbau mir mein ganzes Holz Das Ding ist schon angeschmissen in der Leuchtturm, ne? Jey Wow, hau ab! Ein Drecksbroker King Ein Drecksbroker King Glaub ich lass den Walker King jetzt zu Ende brennen Nicht so wie beim letzten Mal mit Gift Woll, der Typ kann reiten Was soll das denn? Komm, geh kaputt du Heiler Vielleicht trifft mich aber der Kleine Sehr gut, er ist kaputt Au, ich wusste dass er trifft Hallo Keine Pfeile mehr, WTF Find ich aber gar nicht nice Versteck ich mich mal eben WTF, was war das denn? WTF, was war das denn? Geld Gib ihm all dein Geld Du bist weg Mein elektrischer Stab ist auch gleich aufgebraucht Äh Kann ich dich von hierher anhütten? Nein, kann ich nicht Ich trau mich noch nicht zu kämpfen Weil die mich bestimmt fertig machen Hier ist ne Jukebox Alter, das ist doch mein Scherz Kann ich ihm viel mehr Damage machen als ich? Puh, erstmal wieder safe Warte, ich könnte die ja vergiften Mach langsam wirklich meine Spitzhöcke Was seid ihr denn? Au Au Ein Herz Wow Okay, ein Herz war ein bisschen wenig Ich weiß nicht Damit es nicht so allein ist Wo bist denn du jetzt? Ey, danke Goblin Boss Wo bist du? Hier Oben Ganz oben Aber ich könnte Healing brauchen Wenn wir grad schon davon reden Ich hab ein Heilstab Ja ich weiß Deswegen bin ich grad drauf gekommen Ja Klatsch Perfekt Komm Geh mal weg Ich hab ihn vergiftet Den Gegner hatte ich noch nie, nur mal so Ich hatte auch noch keine Goblins bisher gesehen Nur du mal den anderen Oh, ich hab den einen kaputt gehauen Ja der hat noch kaum Leben Der ist jetzt auch tot durch mein Gift Der hat zweimal Moonlight getroppt Einmal halb kaputt und einmal Oh ja warte da ist noch so ein Den brauch ich Was? Ja jetzt kann ich nämlich aus zwei Hookshots Kann ich mir nämlich dieses Lockshot Ding machen Äh du brauchst die blauen Aus zwei Hookshot Aus zwei Hookshots kann ich mir einen Hookshot machen Das klingt plausibel Was können die? Was können die? Die können mich am Holz ranziehen, ne? Ja Jaja ich weiß schon nicht Ich brauch Okay dann kann ich die weglassen Die brauch ich ja dann nicht Nehm ich mal Kupfer mit und Kohle Und das Oh, Essen bräuchte ich auch Essen, ja Loll, die Dinger kann man essen Was das denn? Oh, ich hab die Phönixfeder Ich hab die Phönixfeder Ich hab die Phönixfeder Schau mal, was macht das? Ich geb dir mal das Angeschlagene Wenn man blockt, gibt's Resistenz Halt Den Kudos Ich damit So Halt, ich wollte eigentlich den Wassertropfen hier reinziehen Damit ich was essen kann Weg Ich hab schon eine Homo7CD doppelt Die bringen ja viel die Wassertropfen Ja Aber perfekt Jetzt bin ich wieder komplett voll So, ich glaub wir verschwinden dann hier wieder Holen uns nur die Boss-Sachen Da hinten ist nämlich Essen Halt, warum lecken das jetzt immer noch? Jetzt sind wir doch beide dir Ich kann dir genug Essen geben, ne? Was glaubst du, warum ich die Aloe Vera wollte? Damit kannst du dir So ziemlich unendlich Essen machen Halt diese Wassertropfen kannst du dir machen Ja Ja Die bringen's Du sagst, ja ist schlecht, aber Ja, die sind richtig schlecht Ja, aber du musst überlegen Du kannst es immer und überall diese Wassertropfen dir machen Bring halt wenig Du hast halt nie wieder Essen Ja, das ist ziemlich Nicht gut für'n Kampf Wird fürs Überleben, gut So, wo ist denn hier die Schmiede? Gibt's hier ne Schmiede? Gibt's nicht mehr ne Schmiede! Au, Creeper Dieses komische Schwert macht zumindest schon mehr Damage als mein altes Alter, warum leckt denn das so hart? Ich hab kein altes Schwert Junge, was machst du denn? Wir ziehen Hab dich so gern bei mir Ja, das weiß ich doch, aber Psst, das wollten wir doch eigentlich nicht im Let's Play sagen Gibt's hier irgendwo Tinker? Ich hol mir mal ganz viele Karotten Aus Ich hab sogar nen großen Backpack bekommen Stellt mir grad so auf Ich hab noch nicht mal nen kleinen Magst du nen Windstab haben? Ne Ich mag Stäbe nicht Stäbe sind kacke Stäbe sind cool Ach, noch mehr Karotten Oh, ich hätt gern die Effekte von 1.8 Keine Ahnung, 1.7 Will ich dir mal den Windstab zeigen? Nein, dann werd ich nur weggefegt Essen, Fabi Jo, das bedeutet wir haben ne Pause Ja, dann mal Bis gleich Unbeument Yo, moin und herzlich willkommen Wieder zurück Bei Hexöl Ich liebe Warte, ich will nicht wieder in den komischen Eisbiom Schneebiom zurück Auch wenn du da jetzt häufig in den Festungen bist Warte, da ist ein Dorf im Schneebium oh ne blaue blume du hast jetzt noch an dem red hill ne ne ich bin schon rausgerannt bin jetzt schon wieder im eisbiom dahinter ist auch eine wüste ja ist es besser als schnee weil die schuhe sind einfach geil so hier ist auch eine dings mit einer kiste schuhe und eisen ich habe windstuff krass wo ich den in stadt habe ich auch glücklich zwei mal ich muss mir gucken ob ich den anziehen kann was mache ich denn mit diesem komischen ding hier mit dem kubiach kui wäre köcher da kannst du feide der ganze teil reinstecken so einstecken und somit kannst du mehr tragen sind die da vielleicht sogar drin einer wurde wirst denn das steht da für eine zahl wo steht eine zahl beim külver ne zwei ach sind da zwei pfeile drin bist du jetzt nördlich von stehen hier oben oder das heißt ich kann ziemlich viele pfeile in dem köcher tragen ja ich glaube 90 oder so aber ich kann dafür meine pfeile nicht mehr einsammeln das ist ja frech toll oder ach toll hier sind eisenschuhe drin aber wer braucht denn eisenschuhe wenn er so tolle geile sonst was schuhe hat wie ich wenn man mit denen auch schneller nö man springt mit denen nur höher wenn ich renne hat das auch noch die effekte drauf also die effekte die hier ist kein was in der mitte hier ist sand in der mitte sehr schön aus strauss was machst du denn in der zwischenzeit auch nicht bin es beim dorf warte mal hier ist eine feder und aus einer feder kann ich nämlich wieder dings machen feder plus sowas ach ich brauche aber erst dafür ne dings ne werkbank da hinten ist ein schief ja da renne ich grad hin ist ein schief aber gleichzeitig sehe ich auch ne falle ne falle ist natürlich auch toll keine menung aber nur für gold ne für gold nicht hey da unten ist wieder ein spawner drin da unten ist ein spawner ich hab keine spitzhacke ich hab auch keine spitzhacke also nicht mehr scheiß drauf ich bau mit der hand ab ach scheiß drauf ich mach einfach die kiste leer Eisenschwert ich hab gar kein schwert sehr gut also nur das moonlight aber das will ich noch nicht annehmen mehr brauche ich auch gar nicht ich geh raus ich auch hab noch schnell ins geläch geschlagen ich hier ich hab so komische effekte ach verlangsamung ja tschuldigung wieso trifft der einen denn ne kein bock auf das schiff wir sollten aber nicht ich wollte es aber ne spitzhacke machen ich bin auf dem schiff es ist nicht zu einfach da sind die ist hier irgendwo vielleicht ein baum ich brauche einen baum damit ich ne workbank machen kann ein workbank ich bin jetzt gerade schon beim ding na naja beim boot mach das ein boot ist sowieso nie was tolles phoenixfeder weg damit boah kein mensch so ein tower ein wunderschöner tower drei esel und kein pferd so dann machen wir uns mal was machen wir denn jetzt goldene goldene federwächter mit ich brauche unbedingt ein backpack ne auf den auf den schiffen ist nichts tolles hier ist ein zaubertisch ne mit vollen voller umrandung ja ja